eine wunderbare ansteuerungsübung für die lendenwirbelsäule und für stabilität ist wir nehmen die hände hier vorne komplett zusammen die knie komplett zusammen und wir sind in dem vierfüßler die übung machen wir jetzt dynamisch dass wir das bein nach hinten oben hoch strecken gebeugtes bein und richtig den po aktivieren halten das ganze zehn sekunden gehen dann kurz zusammen entlasten und gehen wieder hoch eine wunderbare übung um den po zu kräftigen den rücken statisch in einer stabilisierenden funktion zu trainieren und genauso auch den arm und auch die hintere schulter wo wir auch mit dabei haben von der kräftigung zehn wiederholungen pro seite mit etwa zehn sekunden oben halten und dann wechseln wir auf die andere seite